Ja, hallo zusammen zum nächsten Part. Pokémon, bloody Platin. Wir haben jetzt endlich unsere Bälle und ich hab noch ein paar Tränke gekauft und jetzt können wir endlich losgehen und ein ganz bestimmtes Pokémon fangen. Aber so wie ich das in Erinnerung habe, werden wir sowieso zugespampt mit Flemlys. Öh, total uncool. War egal. Ich suche ein ganz bestimmtes und ich werde kein Flemly fangen, also von daher, ne? Egal. Und nachseits könnte ich es auch... Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe nicht genug HP. Das ging schnell. Das ging echt schnell. Also das war jetzt genial. Ich habe das letzte Mal, ich glaube, den halben Part damit verbracht, einen Glumander zu suchen. Aber gut. Haut hin, warum nicht, ne? Warum nicht, ne? Also, äh, haut hin. Ja, benutze Heuler. Heuler ist, äh, ja, ne? Kommt mir eigentlich nur entgegen, dann kann ich das genauer einhalten machen, dass der nicht so viel HP vielleicht verliert immer und dass ich den viel genauer nach unten hauen kann. Und daher trifft sich das ganz gut. Komm. So. Ja, heul noch rum. Heul noch rum. Warum nicht? Ja. Na, noch weiter. Äh. Ja, schon klar. Nochmal rund. Wow, das war Volltreffer, ja. Riske ich noch einen? Ne, ich riske jetzt keinen. Ich werfe jetzt erstmal, ähm, den Premierball. Also ich habe mir 10 Bälle noch dazu gekauft. Werfe jetzt zuerst den Premierball? Okay. Okay. Okay, eins. Na, ha, toll. Äh, benutzen... Na, sind toll Kratzer. Das scheiß auch, ich riskiere es mal. Einmal Pfund noch. Jetzt benutze Heuler. Verdammt. Vorsichtig, vorsichtig. Ah, versuche ich es. Ja, das komm, ich versuche es nochmal. Wow, Volltreffer. Na, komm, scheiß drauf, ich werfe nochmal ein. Ist mal nur einen normalen, okay. Zack. Drei. Äh, ein, zwei, drei. Ist schon runter... Was? Jetzt. Was soll denn der Müll? Na, einmal hier, Plinfe, einmal heilen. Warte, Beutel, wo ist denn? Höps. Okay. So. Einmal aufheilen. Jupp, haut hin. Nein, benutze nochmal Kratzer, ist mir auch irgendwo egal. Jetzt komm, einmal Pfund noch. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Na, 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 na. Nein, Volltreffer, na super, geil. Warum auch nicht. Zack, Level up, geil, scheiße. Wäre ja eigentlich einfacher gewesen, wenn, ne? Doof. Egal. Dann versuchen wir es halt noch einmal. Mensch, 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 ey. Komm. Muss doch irgendwo was sein. Hallo. Irgendwo irgendetwas. Hallo. Oh, nein. Ich will eigentlich umhangen da, verdammt. Komm. Ich muss ja auch unbedingt einen Volltreffer reinhauen. Warum auch nicht, ne? Wetten, Flemny, wieder. Ne, einen Plinfe. Plinfe habe ich aber. Plinfe will ich nicht. Brauche ich nicht. Kein bisschen. Geflucht. Nochmal weiter. Schön. Kannimani, das hatte ich ja auch noch nicht. Da brauche ich auch nicht. Wie gesagt, ich will ja ein Dings haben. Du, Mann, na. Komm. Wo ist es? Gib mir ein Mann da. Los. Ta-da-da-da-da. Ja, los. Ah, Alter. Na, was haben wir hier? Ein Flemny. Ein Flemny will ich nicht. Flemny ist doof. Die sind mir in der einen Fail-Aufnahme, also mit der kleinen Auflösung, sind die mir so auf den Sack gegangen. Ne, vergiss das. Also, vielleicht hole ich da irgendwann mal irgendeins raus, ne. Aber jetzt zuerst mal suche ich nach einer, äh, einer Blumanda. Ja, Shiggy wäre auch ganz nett, aber ich, ich will kein Shiggy. Ich will Blumanda. Für die Dings da, für die, ähm, erste Arena, ein Erzelding wäre eigentlich sowieso ein, äh, eigentlich zwar ein Pflanzen-Pokémon sinnvoller, allerdings kann Flammen, ähm, sinnvoller. Aber, äh, nee. Ob du gescheitert willst, willst du mich denn verarschen? Komm, weg hier. Geht doch. So. Na, irgendwo haben wir hier doch noch was. Freirei. Ah, schon besser. Und ein Endivier. Nein, ich will kein Endivier. Los, umso. Ah, komm, irgendwo, wo ist was. Irgendwo ist was. Irgendwo. Ein Blumanda los. Ich will ein Blumanda. Komm, 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 komm. Nein, scheiß Flemly. Ich will kein Flemly. Flemly is lame. Also, ernsthaft. Also, Flemly is so eins der beschissensten Starter-Pokémon, die es gab, finde ich. Na, noch ein Plämpfer. Also, Plämpfer ist eigentlich so ganz putzig. Also, so Pinguine sind sowieso cool. Aber, äh, ähm, hab ich schon, ne? Pinguine. Cool. Ich mag Pinguine. Du, 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 du. Na, komm. Ah, los. Oh, noch ein, das ist so ne, die, ah, so viele Flemlys, das geht mir auf den Sack ernsthaft. Da hab ich keine Lust drauf. Ne, will ich nicht. Scheiß Flemly. Komm. Na, jetzt aber. Na, ein Gekarbo. Nein, will ich nicht. Tschüss. Na, was, wieso? Los. Was soll der Müll? Was soll der Müll? Ich will weg. Los, komm. Wieso? Ich, ich, ich will weg hier. Boah, ey, was ist denn scheiße, ey? Jetzt muss ich da noch einen Trank benutzen, oder was? Scheiße. Mir auf den Sack, ey, ernsthaft. Ja, hau rein. Ja, halt den Mund, du Drecksbiest, ey. Ernsthaft. Geht doch. Ach, kein Bock auf den Scheiß, ey. Ah. Irgendwo. Komm. Muss doch irgendwo was sein. Ach, ein Shigi, ey, komm. Kannst ihr sonst wohl entschieben, ey. Okay. Leute, 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 ein Glumander, ein verdammtes Glumander, ein verdammtes Glumander. Ja, noch ein Plan, weil ich, ich, ich finde hier keinen Glumander irgendwie, das, das geht gar nicht. Ich, 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 ich Ich will einen Blue-Mann da, ich will einen Blue-Mann da, komm, irgendwo, ja, und, na, schon wieder so ein Drecks-Flemly, ich will keinen Flemly, verdammt, na, Flucht, Schweinerei, muss man weggehen. Komm, 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 was ist es, was ist es, was ist es, was ist es, ja, keine Lust, ich will kein verdammt sein, wie wir, komm, Glomanda, 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 das erste, das wir finden, ist ein Glomanda und dann verkack ich, ey, oh, Nee, komm, 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 irgendwo, ja, los, komm, was ist es, was ist es, oh, nein, ich, 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 nein, Scheinerei, ernsthaft, na, jetzt aber, na, scheiß, Flemly, man, die, die sollte man, keine Ahnung, irgendwie, hä, die Nerven, vom Flucht. Na, los, 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 gib mir ein Glomanda, gib mir ein Glomanda, gib mir ein Glomanda. Na, los. Oh, nein. Das ist übertrieben, was die für eine Spawnweight hier haben, die scheiß Flemlys, ey. Also, jedes, jedes, mindestens jedes dritte Pokémon ist ein Flemly, mindestens. Eher noch jedes zweite. Schicke ist cool, aber das will ich jetzt nicht, nee. Komm, ja, dann komm, schön. Ähm, nervig. Ah, komm. Ah, lame. Ich sag es euch, wenn wir später alle Biester nacheinander durchfangen, ne, und ich bei den Startern anfange, und ich nicht sofort ein Flemly kriege, ne, also dann, na, 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 dann wird das schon komisch, ne. Komm. Wow. Ich will ein Glomanda, ich will ein Glomanda. Komm, gib mir ein Glomanda. Und kein Flemly. Flemlys sind lame. Nee. Keine Lust. Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Nee, gar nicht. Finde ich doof. Nee, ich will doch kein verdammtes Flemly, verdammt. Geht doch weg mit dem Scheiß. Ein Glomanda, hallo. Flimfa kommt auch irgendwie öfter vor, aber... Nee. Seh ich ja nicht ein. Seh ich gar nicht ein. Nö. Bin nicht doof. Noch ein Flemly. Ah, komm. Leute. Oh, das gibt's auch nicht. Ich will kein Indie, ich will kein... Oh Gott, ey. Ich renne hier fast seit einer Viertelstunde rum, nur auf Versuchen nach einem dämlichen Glomanda. Und das einzigste, was ich finde, sind dämliche Flemlys. Das gibt's doch nicht. Nein, ich will nicht. Blindfach. Nein, hab ich. Will ich nicht. Komm weg. So, noch mal. Weiter. Na, noch ein Blindfach. Nein. Brauch ich immer noch nicht. So. Na. Komm, irgendwo irgendetwas. Ah, geht doch. Ein Glomanda, geil. Schön. Ja, benutzt mein Ding ganz oft Heuler. Es ist mir scheißegal, wie oft du das benutzt. Und wenn du dich da dran... Boah, ist mir scheißegal. Hauptsache dieses Drecksbietes überlebt und nicht ganz einfach. Nee. Komm. Na, lieber Heuler. Nimm lieber Heuler. Äh. Alter. Ähm. Ich nimm mal jetzt selbst Heuler. Benutz Heuler, verdammt. Nicht Kratzer. Uncool. Richtig uncool. Nochmal Heuler. Wer bringt's denn? Du sollst Krat... Du sollst doch nicht Kratzer benutzen. Du sollst Heuler benutzen. Verdammt. Äh. Versuch' ich's mal einfach mit'n Ball. Okay. Eins. Nein. Komm. Ich schmeiß' einfach erstmal jetzt mit Bällen um mich. Okay. Eins. Na, komm. Du sollst doch Heuler benutzen und nicht Kratzer. Mensch. Ich nutze mal selbst Heuler. Jetzt wieder. Komm. Wieder ein Ball. Okay. Na, alter, hallo. Heuler, gut. Aber ich weiß nicht, ich will's eigentlich fast gar nicht riskieren. Ähm. Moment mal, ich heil mich jetzt selbst erst mal. Vielleicht benutze ich ja nochmal Heuler. Das wär ja ganz nett. Und danach benutze ich nochmal Pfund. Aha, komm. Okay, scheiß drauf Pfund. So fang ich den bestimmt nicht. Achtung, Achtung, Achtung. Okay. Noch mal ein Ball. Okay. Eins. Na, komm. Äh, nee, jetzt bringt das ja kaum noch was, ey. Mal Heuler mach ich. Vielleicht bringt's ja was. Ah, eigentlich theoretisch nicht mehr. Mehr kann an mir eigentlich, äh, weniger kann an mir ja nicht mehr abziehen als allen. Ach, weiter Bälle werfen. Okay. Alter, hallo. Was soll der Scheiß? Komm, ich höre nochmal einen Ball und danach versuche ich es nochmal mit Pfund. Ich hoffe mal, dass er dann ein Weh, der macht einen Volltreffer. Eins. Zwei. Na, komm. Gut, halt nochmal Heuler benutzt, schön. So, dann bin ich mal vorsichtig nochmal einmal mit Pfund. Ja, gut. Auch noch mehr drauf. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Je weniger Schaden, desto besser, ne? Okay. Eins. Zwei. Drei. Yes. Geil. Geht doch. So, das Glomander hat schon, äh, festen Namen. Die Sache ist, dass ich in der letzten Aufnahme hatte ich das Glomander schon und deswegen hat, äh, hier Plinff auch den Namen Uso bekommen, ne? Ähm, und das bekommt jetzt einen ganz bestimmten, und zwar, das Pokémon heißt Wodka. Geht doch, ey, verdammte Scheiße. Ähm, hier gehen wir erst das nächste Mal hin, wenn wir, ähm, ja, alle, äh, Dingsser, alle Orden oder so zusammen haben, wenn wir uns dann langsam da dran machen, alle Biester zusammenzufangen, würde ich sagen. Und bis dahin, ja, ne, fangen wir mal so, fangen wir zwischendurch nur die Biester, die uns wirklich halt interessieren, ne? So, ähm, einmal will ich mich noch aufheilen. Komm. Ich weiß gar nicht, ob ich mit diesem Emulator irgendwie speeden kann, keine Ahnung. So, also, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Pokémon Bloody Platin. Tschööö.